Hallo Freunde des schlechten Horrors und Trashs oder auch eigenartiger filmischer Genre-Experimente. Herzlich Willkommen zu Tag Nummer 8 von The Return of Lords Halloween Horror Trash Week. Heute zum vorletzten Mal und gestern habe ich ja quasi mit blauen Handschuhen unseren Helden des Films die Hölle der lebenden Toten so richtig ordentlich gehuldigt und heute würdige ich den wahren, echten, heimlichen Helden dieses Films und zwar einem Feuerlöscher. Heute geht es um Cut and Run, einen Film von Ruggiero Deodato, dem Regisseur des berühmt-berüchtigten, nach wie vor provozierenden Cannibal Holocaust, dem wohl besten Kannibalfilm aller Zeiten in die Messlatte so unendlich hochgelegt hatte, dass keiner der nachfolgenden Filme aus diesem berühmt-berüchtigten und sehr kurzlebigen und sich auch selbst zerfleischenden Subgenre jemals daran gekommen ist. Und Cut and Run selber bringt Deodato auch wieder zurück in den Dschungel. Zuvor hat er auch den recht eigenartigen Atlantis Inferno gedreht gehabt, quasi so als Startschuss für sein Comeback als Regisseur. Da ja durch Cannibal Holocaust ein Berufsverbot sich eingefangen hatte, aus vielerlei Gründen, die man hier sicherlich noch größer oder länger auch behandeln könnte, aber das wollen wir an dieser Stelle natürlich auch mal komplett sein lassen und wollen uns heute etwas näher mit Cut and Run beschäftigen. Denn dieser Film ist kein wirklicher Horrorfilm, er hat so vereinzelte Elemente eines Horrorfilms drin und es ist schon ein recht eigenartiger Film, sagen wir es mal so. Im Grunde genommen geht es hier darum, dass ein Vater seinen Sohn vermisst oder dieser seit längerem im Dschungel Kolumbiens verschollen ist und eine Reporterin namens Francis und ihr Kameranmann Mark finden bei dahin gemeuchelten Drogendealern ein Foto, wo eben Tommy mit drauf ist. Und das ist der Sohn ihres Chefs und daraufhin werden sie natürlich nach Kolumbien geschickt und suchen dort nach ihm. Finden allerdings den Wahnsinn in Form von einigen wirklich absolut degenerierten und durchgedrehten Bösewichtern, die von Colonel Horn angeführt werden. Und dieser Film bietet hier drei Genre-Ikoren auf, die leider in den letzten Jahren leider verstorben sind. Richard Lynch, der sich ja im LSD-Rausch selber angezündet hat und dadurch dieses sehr markante Narbengesicht hatte, was ihm dann erst so richtig viele Schorkenrollen einbrachte. In A-B-C-Filmen dann die gute Lisa Blount, die man zum Beispiel aus Dead and Buried kennt und die gute Karen Black aus Invasion vom Mars und dem Rob Zombie-Debüt Das Haus der Tausend Leichen, die hier einen etwas größeren Gastauftritt hat. Und auf der Seite haben wir natürlich dann noch den guten Eric LaSalle, der Anfang der 90er mit Emergency Room so richtig durchgestartet hat und auch in diesem Jahr im allerletzten Wolverine-Solo-Aventail Logan eine etwas größere Nebenrolle hatte. Sowohl den guten Michael Berryman, der hier als Lorschi so richtig aufdrehen darf. Den kennt man natürlich aus Filmen wie The Hills Have Eyes, Lisa, Der Helle Wahnsinn oder natürlich auch ganz klar The Devils Rejects. Und er verkörpert hier wohl den wortkargesten Schorken aller Zeiten, sagen wir es mal so. Und wo natürlich ich mich mal gefragt habe, wo kommt der Typ eigentlich her? Wer ist das eigentlich? Was ist seine Motivation? Das wird zu keinem Zeitpunkt erklärt. Er ist mehr oder weniger einer dieser Handlanger, der natürlich auch so die Indios anführt, die unter der Führung von Colonel Horn stehen und natürlich die Gegner auslöscht beziehungsweise auch die Leute, mit denen Horn natürlich vorher auch Geschäfte getätigt hatte. Es geht natürlich um Drogen, es geht natürlich um viel Geld, aber Colonel Horn geht es auch um noch was ganz anderes. Er möchte mehr oder weniger auch die Welt vergiften, die die wahre Zivilisation vergiftet. Und man hat ja natürlich die ganze Zeit lang gedacht, dass er tot wäre, denn er war mehr oder weniger einer der Kompagnons vom guten Jim Jones, der einstmals in den 70ern durch das sogenannte Jonestown-Massaker oder das Guyana-Massaker natürlich berühmt berüchtigt geworden ist, diesen Sekten-Suizid bzw. Massenmord. Und der ist doch nicht tot und der hat sich mehr oder weniger diese verschwobbelten Gedanken von Jones mehr oder weniger angenommen. Im Grunde genommen, das ist die Handlung des Films, der zumindest handwerklich auf einem wirklich ordentlichen Niveau ist. Vor allem, da Wes Craven diesen Film eigentlich inszenieren soll bzw. sowas ähnliches, da er dann doch zwei Monate lang mit seiner Crew im Dschungel Kolumbiens unterwegs war, auf der Suche nach Locations. Aber dann hat sich irgendwie es nicht ergeben und der Produzent, mit dem er auch befreundet war, ist dann mehr oder weniger an Deodato rangegangen und hat gesagt, hast du nicht Bock, einen Film zu drehen? Und Deodato, man merkt es einfach, fühlt sich im Dschungel richtig heimisch. Obwohl dieser Film dann doch etwas sauberer und cleaner ist, was das Dschungelsetting angeht, muss ich sagen, macht das dann doch schon Spaß. Es gibt hier und da auch die ein oder andere tödliche Falle. Der Film bietet natürlich ganz klar Deodato typisch einige richtig herbe Effekte, von denen einige auch nach wie vor absolut over the top sind. Das Interessante ist natürlich, dass bei einigen Einstellungen man dann auch eine softere Version erstellt hat, für bestimmte Märkte, um den Film natürlich auch ein bisschen besser vermarkten zu können, ohne dass einer sagt, nee, das muss rausgeschnitten werden und so hat man sich entschieden, vor allem bei Szenen, wenn man Leichen sieht, einfach so ein Tuch drüber zu legen und das dann natürlich nochmal nachträglich zudrehen, um mehr oder weniger zwei Versionen zu erstellen. Und es gibt natürlich auch einige Effekte, die wurden dann im Nachhinein dann doch ein bisschen verkürzt, vor allem eine Szene, in der mir jemand in der Mitte auseinandergerissen wird, wo gewisserweise ein dann doch recht drastisches Detail fehlte, aber dann doch im Nachhinein wieder eingefügt worden ist, allerdings in nicht allzu guter Bildqualität, aber in ausreichender Qualität. Und die Szene hat es definitiv in sich gehabt, hier hat man sich nicht lumpen lassen, was die Effekte angeht, während die Musik von Obergoblin Claudio Simonetti schon ein bisschen so konteragiert und auch schon versucht, diese heitere Stimmung eines Cannibal Holocaust, der ja schon fast eine zu schöne Filmmusik hatte, für das, was man letztendlich im Film sah, diesen ganzen Wahnsinn und diese ganzen Grausamkeiten. Und das hat man hier auch irgendwie versucht, genauso wie, dass man am Ende natürlich ganz klar auch diese Medienzivilisationskritik mit einbringen wollte, aber das funktioniert nicht ganz, weil dieser Film dann doch in erster Linie sich als Unterhaltungsfilm versteht, der trotzdem ein bisschen Leerlauf mitbringt, einige Dialogszenen, die man sich hätte definitiv sparen können und den Figuren selber fehlt es auch ganz klar, was man merkt, deutlich an Tiefe. Und daran merkt man halt, dass es mehr so ein oberflächlicher Unterhaltungsfilm ist, der dennoch ein interessantes Setting hat, der immerhin dann auch für eine Kameraarbeit ordentlich ist, aber der dennoch auch ordentlichen Wurst an Klischees mitbringt und einige recht schräge Szenen, einiges, was schon recht unfreiwillig komisch anmutet, vor allem eine der legendärsten Szenen und das ist keine Effektszene oder so, das ist der Moment, wenn Lisa Blount für ein paar Sekunden zur Powerfrau am Ende votiert, um mehr oder weniger Opa Lorschi mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen oder um ihnen die Sicht zu nehmen, um sich kurz danach, nach seinem Ableben, dann wieder an die Brust ihres Kameramanns zu schmieden. Wunderbar, wunderbar. Hier wird an einer Stelle mit klassischen Filmklischees oder Rollenklischees, was Frauen und Männern geht, gebrochen und im nächsten Moment sind die Klischees dann wieder so da, wie sie eigentlich auch zuvor waren. Und es ist nun mal so und dieser Film ist wirklich sehr, sehr eigenartig und das würde auf ewig bleiben. Das sagt Deodato selber in diesem Film, Drehbuchautor Dardano Satchetti sagt selber, der auch mit Fulci sehr oft zusammengearbeitet hat, dass dieser Film leider vor allem daran leidet, dass die Story nicht so gut ist, aber ich muss sagen, es ist dennoch ein sehr unterhaltsamer, sehr beschwingter, vergnüglicher Film mit einem recht hohen Bodycount, mit einigen sehr kreativen Kills, sagen wir es mal so und mit einem gewissen Wahnsinn, der natürlich da drin steckt, der vor allem durch den Charakter des Colonel Horn ganz klar rüberkommt, obwohl mir dann so ein bisschen die Bezüge zwischen vor allem diesen Schorkenfiguren leider etwas gefehlt haben, aber dass Deodato selber so an sich dann doch nicht so wichtig war, beziehungsweise als das Drehbuch geschrieben worden ist, man doch den Fokus dann zu sehr auf diese Vater-Sohn-Kiste gelegt hat, die natürlich am Ende dann auch ganz klar positiv aufgelöst wird. Von mir bekommt der Film dennoch ganz knapp noch 7 von 10 Kürbisse. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentargruppe schreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr ihn euch anschauen wollt. Ja, dann sehen wir uns natürlich morgen, natürlich ohne dann den Schaum im Gesicht, wieder um 18 Uhr zum großen Grande Finale, wenn es dann zum allerletzten Mal in diesem Jahr heißt »The Return of Lords Halloween Horror Trash Week«! »Hahaha!«